so leute wir sind jetzt erst mal wieder in der lobby nach wie vor am warten auf die neue map und wir warten noch ein paar andere und wir sehen uns dann wenn wir im spiel sind oder wenn der lobby noch irgendwas lustiges passiert ist bis dahin ja bis gleich okay bist du am kacken oder was selbst ich war schneller manno beim kacken nee aufm klo ich war auch gerade und auch level 8 werde ich heute abend glaube ich noch ich habe Hunger ich habe noch nichts gegessen manno ich habe auch noch nichts gegessen mein essen steht eigentlich seit zwei stunden im ofen aber egal ja willkommen beim schwarz essen ja ich habe den ofen vor der aufnahme ausgemacht beziehungsweise auf 60 grad gestellt damit er damit es nicht ganz kalt wird ja komm mal vielleicht kann man sowas machen ok x gerade richtig hart am stange oder kringel aber genau ja 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 das andere formen auch ach nö mal schauen wenn ich bin da ist er ja hat fettkacken gewesen nö ich habe mir was im essen gemacht ich habe auch gerade gesagt ich habe Hunger so kriegst du wir haben eingeladen geht los schön und guck mal finde ich ja ne vielleicht komme ich auf die map drauf vielleicht geht es auch nur weil kissy das aber nicht hat und wenn er die ganze zeit einlädt er kann vielleicht mitspielen aber da er das andere nicht hat kommt er vielleicht nicht auf die map kann sein das wäre sinnlos dann würden wir auch nicht gegen michael meyer spielen du weißt nicht nein das ist was anderes aber ich mache jetzt erst die aufnahe start wenn wir auf der neuen map sind ja mach doch ich nehme alles auf nur was ich veröffentliche das ist ja mach schon ich nehme auch wieder erst wieder auf wenn die neue map da ist wolltest du dich schon längst aufnehmen Samuro ja ich habe die letzten zwei parts glaube ich aufgenommen aber ich muss auch nochmal gucken ich starte jetzt auch die Aufnahme ja okay mach das so da sind wir wieder zurück zu unserem let's play together death by daylight und wir hoffen dass wir dieses mal endlich mal eine richtige map haben aber habt ihr nicht besseres zu tun oder was nein typisch bürger krass schon anscheinend will der killer Punkte haben kann er vergessen michael meyers wahrscheinlich heute ist meyers abend wir hatten erst einmal den fallen stellen und sonst nichts anderes michael meyers michael meyers ist übrigens immer noch derselbe abend dinners wäre auch mal cool ja dinners oder kettensingen und ich sag heute den ganzen tag ja also ich weiß auch nicht was los ja bumm ja ich sagte komm willst du mich heiraten ja ey nein jetzt sind wir schon wieder bei den schweinen wir sind bei den fauligen feldern ja das ist stimmt es liegt also nicht an mir nicht die schweinen es sind die es sind die kuchen oh gott das ist das das waren einmal schweine und das werden immer schweine bleiben nein das sind schon immer kuchen michael meyers kuchen gewesen ach schon wieder der meyers ja schon wieder der meyers heute ist meyers abend ich mach gerade ein gän f*** dich her ich geh jetzt wieder äh ne doch ne doch es geht nicht alleine das ist dir schon klar ja natürlich geht das alleine ja bei dir vielleicht hä toll gemacht bumm wenn ich dir einmal gesellschaft leiste ach komm schon nein ich komme jetzt nicht oh man boah alter der beobachtet mich voll die sau stalker wo ist der irgendwie wird die musik lauter dass du da ja schon ne ekliger stalker alter ich gebe jetzt den generator hin bring dich um ähm ok mache ich auch so doch lauter deutlich so bumm wo bist du jetzt hier der macht mir angst das geht gar nicht der ist hinter mir her der ist hinter mir der ist hinter mir beim generator wo wir beide haben platzen lassen ne da bin ich nicht mehr ja nein ich sehe einfach mal eiskalt gar nichts hi tach was geht ach fuck nix bei dir ähm leute leute ja ja wo bist du nicht bei euch ach da am arsch der welt genau wollte ich auch grad sagen ist er noch bei dir keksi ja er hat mich aha er hat ihn doch gerade erst aufgehoben die nase ja das weiß ich ja nicht ich will ja nur fragen weil dann ist er am arsch der welt dann können wir in ruhe generatoren machen bitte hallo samuelo ach er versteckt sich oben im kran uuuh scheiße versuch dich frei zu machen das machen wir hier alle generatoren dann mach mal generatoren ich komme wir müssen auch verbringen ja komm mal alter wo hab ich jetzt nicht laut gesagt oder er ist doch immer noch bei dir Achtung hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir aah hier hinter mir oh mein gott ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich liebe diese musik ja toll jetzt hängt es wieder an uns beiden ne bumm hi 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 kann mich jemand heilen vor allem wie man das nicht weiß dass er hinter einem ist hallo oh danke boah warnung gott sei dank yeah ja und wie ist der hinter uns her also die zwei könnten ihn ja retten ne also ich mach mal gerne und so ich mach doch aber lass ihn nicht wieder platzen wenn hier fährt klopfen er hat mich ja ich hab drei generatoren gemacht ja 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 rettet mich gefälligst ja doch guck doch grad wo du bist nein ich hab mich im Keller okay im Keller gut weiß ich bescheid wo ist denn der Keller den hab ich heute noch gar nicht gesehen ne auf der kultfilmfarm ist der auch gut versteckt der ist in irgendeinem vor diesen holz verschlägen aber irgendwo warte mal genau unter mir also ist er da im haus da ich glaub er die musik soll irritieren ja natürlich natürlich soll die irritieren so ich geh jetzt mal auf das haus mann ich mag die musik nicht allein schon dass er hinter dir her geht und du ihn nicht hörst mag ich auch nicht der ist hier gerade irgendwo bei uns rettet mich ne sie können gerade nicht wie wir ihn beide nicht gesehen haben wir krieg sie ich hab mich auch umgeguckt ich will ja auch aber ich hab ihn auch nicht gesehen ich hab ihn so warte hier so oh gott ich bin übersteuer voll boah du bist wahnsinnig warum bin ich wahnsinnig der ist gar nicht hier weil er jetzt kommen wird nein er soll hinter mir her gut das spiel können ja ich bin auch weg zu dir aber das spiel kann man auch zu zweit spielen michael ich kann zu dir kommen ich kann zu dir kommen kann mal Adi er ist nicht hinter mir halt durch halt durch hallo 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 halt durch wo ist der hinter mir her wir rennen jetzt gar nicht in die Richtung wir rennen nicht in die Richtung Kicks herkommt 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 kann mich jemand heilen Kicks wo bist du ich hab's an die meike meyer auf dem kran ja da komm mir zum generator da bist du da toll ich bin voll in die ich bleib stehen bleib stehen bleib stehen bleib stehen ich bin hier schön für alle gut sichtbar auf dem hügel doch er hat mich gesehen ja ja komm mal auf dem hügel ich rette dich oh selte und dann der nächste der andere gleich zu bummen Keksi nein ich kann mich selbst heilen er hat das Schwert oben er hat das Schwert oben jaaa weiß ich das Messer ja doch was ist das Schwert bitte das Messer das Küchenmesser du ich bin dann tot also bumm ist schon gerettet oh ja bum 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 guck mal ich bin gleich tot man Autsch ich bin ein bisschen sanfter zu mir natürlich ne ich leb noch ich leb noch ich leb noch ich leb noch und er haut ab bin hier schon wieder auf dem hügel ist er wieder hinter mir her was denn du immer auf dem hügel da ich bin alle für immer alle gut sichtbar aber ich bin schon am campen Manu wo ist der ist er bei dir? nein bei mir ist er nicht zumindest dass ich es sehen kann aber ich kann jetzt die A-Taste nicht loslassen gut geht weg ich will hinter irgendwem ich halte mich mal kurz selbst kommt er ist über uns alter der beobachtet echt die scheiße ja ja er ist hinter mir her ja er ist hinter mir her haken sabotage ne er ist hinter mir er ist hinter mir oh ich hab grad noch einen haken kaputt gemacht ach das ist jetzt nicht gut das ist überhaupt nicht gut das ist überhaupt nicht gut ich hab kein sanikit mehr das bringt nichts boah ey wie der einen beobachtet das ist voll eklig komm schon komm schon was wieso da ist kick sie okay ich bin hier bei diesen komischen Baggerkran was weiß ich also wenn hier irgendwer in der Nähe ist ich könnte hier Heilung gebrauchen da bin ich nicht da bin ich nicht ich find man kann hier gar nicht mehr entkommen weil hier überall diese blöden Haken sind ja es sind zu viele ja man ich bin tot ach du bist tot so ich mach jetzt nen Generator na super ich wollte dich grad retten passt auf er ist zu einem Generator das war da war ich genau an dem Generator war ich Gott seiang am Arsch der Welt für mich er rennt bestimmt hinter mir her er rennt bestimmt hinter mir her ich hab ja den Katzenpöck aktiv ich weiß genau ob ich jetzt noch einmal am Haken ging dann bin ich tot ich mache grad den letzten Generator ich auch beeil dich dann dann wär ich geheilt ach nein ich muss er mich vorher haben und darf schon wieder den Haken kacke scheiche ich sag mal wie hoffe ich den ja noch platzen lassen ich renne zu dir bumm er geht bestimmt grade zum Tor ja er ist eh nicht bei mir ich komme zu dir oh man oh man macht einer den fucking Ausgang auf bitte ich bin auf dem Weg ich komme grad zu dir und weg wir haben irgendwie das Gefühl dass der Meier hinter mir ist gut das hat sich grade bestätigt dass er es nicht ist der ist hier und er beobachtet mich grade oder wo ist denn der jetzt wird hier bloß jetzt wird hier bloß ich hab's gewusst dass der mich beobachtet fuck man sieht ihn für zwei Sekunden ey und dann ist er schon woanders ich bin tot ich bin tot ich bin tot und tschüss ich bin tot ich bin tot ich bin tot tschüss tschüss Level 6 der war auch in meiner Nähe ja er wollte grade zum Ausgang rennen der Level 19 wuhuuu ok Level 6 wuhuu ich mein Rang 19 achso egal ich bin immer noch angst 20 oder kann nicht mehr lange dauern dann bin ich Rang 19 und ich hab jetzt 78 Steine ich hab grade Angst dass er mich grade erst hat überholt all den Seiten geräumige Werkzeugkiste ok geräumige Werkzeugkiste soll das bedeuten eine große Metallkiste mit Basiswerkzeugen und weiteren mechanischen Teilen kann selbst ohne Übung für Rabaturen oder das Aufbrechen verschiedener mechanischer Komponenten verwendet werden und sich 180 Einheiten erhöht leicht die Rabaturen die Temperaturgeschwindigkeit schaltet Sabotage frei ok lad ein lad ein lad ein lad ein lad ein mach ich Moment so Leute jetzt krieg ich den ein Perk guck mal die Räume gehen Werkzeugkiste raus bitte danke jetzt wollen wir hier die neue Map sehen das kann doch nicht sein nagelneues Teil dieses komplexe mechanische Teil erscheint seltsam fehl am Platz es ist sauber und glänzend wie frisch aus der Fabrik verringert die Einheiten um 50% sofortige Rabatur für einen Generator in Sekundärhandlungen verbraucht die Werkzeugkiste bei Gebrauch ok ja äußerst selten ist Addon boah hat der grad viele geklaut auf einmal was nehme ich denn jetzt die Geheilkiste ja ich komme ich komme ich komme A war 17 mein höchster 18 aber mehr habe ich noch nicht geschafft mein höchster 18 dann pille ich die Kekse schon wieder köken drückt können sie alle auch fertig bitte ja alle auch außer Keks der ist gerade nicht da also das ist jetzt meine letzte Runde für heute und dann mache ich Schluss ok hast du nicht gesagt bis 11 oder meinst du aufnehmen ich kann dann nach ich kann dann vielleicht noch eine Runde machen je nachdem wie lange die dauert aber so um halb 11 es muss vorbei sein mit aufnehmen achso eh das passt doch passen wir noch ein zwei Runden ich will wir wollen jetzt die neue Map das kann doch nicht sein wissen alle Leute wie spät es ist in der Aufnahme uuuuuh 21 41 ist es ja 42 41 43 das müsst ihr auf den anderen warten werde ich erstmal die Aufnahme beenden und wir sehen uns im nächsten Video also bis dahin ciao ciao genau an einem Mittwoch den 26. Oktober ich muss mal ganz kurz telefonieren mhm alles gut ihr gehabt Zeit kann ich ja nebenbei jetzt essen wenn alle telefonieren gehen das kann dauern ich geh mir was zu essen holen ah was hab ich vergessen nicht es ist es nicht es ist es ist es ist es ist Vielen Dank. Vielen Dank. Ich dein Ernst. Hm? Wer frisst hier? Gleich alle. So. Außer mit den beiden Edis beschäftigt. Ja. Oh. Hm. Hm. So, da bin ich. Hmm, ich bin jetzt benästig. Hmm. Hmm. Okay, Kixi, bis wann kannst du, oder? Okay. 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 ich denke ich werde auch so 22 30 ins bett gehen dann fragen wir nachher magne kriegs er wurde um elf wieder und da bin ich wieder alles klar nur am essen also nicht wundern ich will jetzt einmal die neue maps sehen weißt du es ist die letzte runde wenn jetzt nicht die neue map kommen dann kriege ich die kratzer ja die wird nicht kommen hatte die aufnahme läuft schon so willkommen zurück zu meinem let's play let's buy daylight together und hoffen jetzt endlich mal die neue map zu sehen ich glaube der kann uns umbringen der kann uns umbringen ich hasse alles ein oder 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 alle ja ein oder alle aber das ist auch noch michael meyer sind wert ja das sieht doch bestimmt cool aus der neuen keller vielleicht war es nicht im nur die erfolgte endlich unterstrengen ich will die neue map sehen neue map ich habe es schon gesehen ich will das mal die neue map endlich mal sehen und wenn ich dann die erste bin der tod ist ich will die neue map sehen ooooooooh wir sind wieder bei den schweinen rrrr 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 kann ich mir jetzt in den schrank stellen und essen wer ist das? oh mein gott da hinten läuft es warum ist du in der aufnahme? schäm dich entschuldigung du warst telefonieren highkicks lass mich nicht alleine hallo lass mich gar nichts sag mal was macht ihr da? wir versuchen zu dritt durchs fenster zu kriegen dann macht ihr die kiste auch? seid ihr doof? ich bummes wieder im häuschen sind wir jetzt alle zusammen oder was? ja wer war das jetzt? ah wen haben wir denn? michael komm aus dem keller raus bleib wie er einfach vor mir stehen bleibt weißt du? er beobachtet er beobachtet euch ja ich dachte eigentlich er ist hinter mir her da habe ich mich gerade erschrocken spring da rüber oh mein gott bumm 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 komm zurück nein komm ich nicht er ist hinter mir her du kannst erscheinen hallo achso das ist keks ne echt wir sind ja alle merkt mal wieder fast ne ich bin lauri 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 ist es ähm wo bist du du dreckensau ach da läuft bumm okay bei mir ist er bei mir ist er bei mir ja ich habe mich laufen sehen danke jetzt ist er aber glaube ich hinter mir her ne jetzt läuft er dir da ja pass auf ich habe es schon gesehen bei wem piept es denn die ganze zeit bei mir was für so piepen ähm aber ich glaube er hatte gerade die lust an mir verloren ja ja kann sein weil er mich jetzt gesehen hat ähm ich finde hier nicht ein general ich war ihm zu anstrengend ich habe ihn zu sehr geärgert ja ich glaube hier achten das kann doch nicht wahr sein er beobachtet er beobachtet in den ganzen aufnahmen gerade nur noch ja 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 ne du sagst aber jetzt immer noch was passt doch das war schlecht das war schlecht ja ja keksi aber danke dann kann ich mir ja hier generatoren machen das war nicht sehr sinnvoll ja so hier ist ne kiste bei dem schwein okay ich habe ein sanikit kann ich auch mal raus na scheiße bringt der dich in den keller nö ich bin mein generator ja hört mal ja er ist im haus okay gut hol dich gleich keks ich hole dich gleich ey das macht so keinen spaß er kämpft er kämpft bei dir sehr gut er kämpft und das schaue ich nicht mehr um unter die schränke durch okay gut kein problem bist du ich habe den haken nicht ganz geschafft ach man hol dich ich hole dich ich hole dich ich komme schön also ich höre hier herz klopfen ich nicht ich höre aber nicht so granum kick ist das der tor hier rennst du hin dass du mich heilst ja genau gehen wir auch noch in die schlachterhülle warum kriege ich punkte wenn ich einen generator verkacke lauf mach ich aber jetzt öfter er ist da um die ecke wo bei mir er hat doch gerade gesagt er ist da um die ecke nein nein keks ist tot was er hat mich schon kämpfen müssen keks ist tot scheiße mann nicht mehr ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wo ein gen ist guck mal hier am hügel wo ihr mich sonst früher immer aufgehungen hat da ist ein generator da häng ich sogar schon dran er ist kein keller was weg da geh aus dem weg geh aus dem weg wo ist er in dem haus hallo bumm au der bumm er war wohl doch nicht im haus na komm na komm verbiss dich er will doch nicht hey sammolo rette uns mach den gennen fertig vorsicht oh nein das war nicht so schlau und wir liegen alle komm wir kriegen aufeinander wir liegen alle oh oh wir kriegen jetzt aufeinander er hat doch diesen perk dass er einen von uns umbringen kann hm komm her bumm oder es war ein anderer perk wieder vereinspunkte ja toll bringt mir auch nichts mehr toll ich bin tot so wir liegen aufeinander ja na gut du auf mir aber egal äh warum ich auf dir nicht andersrum ja so ne kreuzung aus beidem bist du gerade entkommen oder was ja cool du pisst dich gut ich esse nochmal ne runde Fleisch wir echt angsthaft essen in der Aufnahme ey ja ja ich darf das nein es ist meine Aufnahme meine auch oh und ich kann es rausschneiden ich nicht ich nicht ich nicht nicht mehr kämpfen können wir nicht schneller abkratzen wir können ja quitten natürlich bin ich die erste natürlich ja dann wird der Gameinator äh abschlachten hier ist kein Keller falls du das hoffst mein lieber Killer aber ein Haken ist hier leider direkt um die Ecke ja ich sehs da auch warte mal ich genere mich mal zu das war daneben gehauen mein lieber hast du das gesehen? hast du das gesehen? ja hab ich das haben wir wieder merkt du hast es verstanden ne? ja also das war echt Tixi sagt schon wieder gar nichts mehr alter aber er ist immer noch hinter mir her das gibt's doch nicht ja ja hinter wen auch sonst mich findet der ja grad nicht ich krieg ja im Blut er weiß schon wo du bist aber er will mich natürlich auch haben oh Gott bei mir hatte die Kuh grad nen Penis nein andersrum falsch der war nein das war gemein häng fest also wenn ich Glück habe komme ich vielleicht frei weil der Haken ist kaputt ah scheiße selbst wenn brauche ich Luke gar nicht zu suchen das ist bumm wir gehen tut dir auch nicht gut oder? was? ich bin nicht gut? egal und am Haken ich kann ja noch kämpfen ich mach noch Punkte was? ich verblute hier übrigens gleich ne? und tschüss ich weiß dass du verblutest ich geh mal diese riesen Blutleife hier mal an und er ist tot und er ist tot lalalalalalalalalalalalalalalalalalala gut gut wer lame dann bumm lad du mal ein vielleicht haben wir ja Glück ich und ein laden super ey weißt du ich bin in deutschland da brauchen wir länger ok dann lad Kekse nochmal ein ne ich lad nochmal ein und dann moderiere ich gleich nochmal ab mach das mach das in der Aufnahme ich hab fein mit äh der nurse auch ähm 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 entk- entk- niemand entkommt dem Tod ja auf stufe 2 so überleben mit freunden voll cool dings dings freunde bumm 36 zu spieleinladen das war's was kann man abmoderieren und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich in Bums letzte Runde für heute an einem Mittwoch vor aber weiß ich 26. oder was äh werden wir hoffentlich nochmal die neue Maps sehen ja genau sogar noch das Datum klar am 26. äh 10. um 22 Uhr wir sehen uns das nächste Mal ciao bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020